hallo und herzlich willkommen zu was ist neu in sons of the forest ich bin die axt im walde und gemeinsam gucken wir uns heute die größeren und wichtigeren neuerungen und änderungen aus dem update 10 der letzten nacht an ich verlinke dann auch wieder die englischen patch notes unten in der video beschreibung und diesmal lassen wir die theorie stunde ausfallen und legen auch direkt los die entwickler haben nun unter titel eingebaut diese sind in den einstellungen bei gameplay zu finden und hier automatisch auch aktiviert aber sie nicht möchte kann sie deaktivieren wie das denn aussieht das gucken wir uns dann im späteren verlauf an auch ganz neu das denke ich da werden wir kurz hinspringen ist wenn man hier aus der höhle des bunker residentials also auf der anderen seite des berges aus der höhle raus kommt ja da fliegt dann so ein helikopter drüber springen wir kurz hin und direkt danach kehren wir hierher zurück ja der helikopter ist auf jeden fall drüber geflogen über das wasser also den see und über den berg drüber wo er hin wollte weiß ich nicht vielleicht bekommen wir den irgendwo in einem späteren update mal auf dieser seite wo er eben rüber fliegt dann zu sehen legen wir aber gleich weiter los nämlich im gps haben die entwickler jetzt auch die nord markierung eingebaut sehr hilfreich und die zeitbombe ist nun keine zeitbombe mehr sondern eine haftbombe der kundige sons of the forest spieler wird das sofort erkennen huch die sieht ja anders aus gucken wir uns im detail an die sieht tatsächlich anders aus die entwickler haben hier zwei änderungen vorgenommen nämlich auf der einen seite eben die grafische änderung und auf der anderen seite dass nun die haftbombe aus der forest wieder zurückkehrt weggeworfen ist schon dran und funktioniert tadellos die neue haftbombe dann haben die entwickler gesagt einige gegnertypen die sollen jetzt auch manchmal mit fackeln kommen wenn wir hier im awesome menu mod rein gucken und ich ich habe einfach nur mal fi für feier ein sehen wir es gibt hier schon ein paar verschiedene gegnertypen die eben mit so ein vorherdings kommen ja probieren wir erstmal den karl aus hallo karl ich glaube ja er zieht mich fackel ist das keine ne probieren wir mal so ein billy aus der hat ja auch etwas das vielleicht eine fackel sein könnte aber praktisch nicht ist so ruhe im gepäck aber dem noch nicht genug hi kevin es gibt auch einen neuen gegnertypen nämlich von den kannibalen gibt es hier den frank ja wir haben vorhin auch gesehen den gibt es auch im firepack und was beim frank besonders ist ich dachte hier beim lesen der patch notes die entwickler wollen mich hier irgendwie veräppeln oder einen scherz machen oder irgendwas tatsächlich finde ich passt das in das spiel ganz gut rein ja der frank ist nämlich so einer guckt mal der frank der steckt sich hier selbst in brand indem er erst mal eine flasche vodka auspackt ja und während er sich denn den die fackel an die brust hält höchst entzündlichen vodka über den körper drüber so viel zu den gegnern kommen wir nun zu gebäuden und allerlei gedöns das dazugehört nämlich beim elektrozaun haben die entwickler partikel effekte eingebaut ich finde die schick komm noch mal finde ich sieht gut aus es gibt auch eine neue deko oder ein deko objekt findet man direkt bei wo auch immer die deko drin ist hier kommt sie nämlich den herrschfellpeppich braucht man ein zu ein eine hirschhaut und dann hätte ich mal gesagt haben wir die hier direkt auf dem boden drauf und so sieht es aus ja finde es schon sehr schick geworden grafisch auf jeden fall in ordnung und ich denke das wärmt das eigenheim vom gefühl her auch ein bisschen auf ok wenn du bleibst hier damit du mir nicht immer nachläufst auch neu ist dass die entwickler holzgelände eingebaut haben die holzgelände demonstriere ich einfach mit den verschiedenen größen erstmal kurz durch den größen von baumständen wobei eigentlich ist ja wurst es geht auf jeden fall mit allen längen von baumstämmen und ein holzgeländer wird zugebaut dass man eben horizontal vertikal nach oben erstmal die posten hinbaut und dann mit einer planke kann man hier holzgeländer dann dran und drauf verlegen das ist aber auch neu das wusste ich nicht dass das so schräg geht es ist auf jeden fall möglich da nehmen wir hier einen großen zur demonstration ganz auf jeden fall das sind nun die geländer und man kann die dann auch verbinden von denen hier wusste ich von den vollen baumständen aber dass das hier mit den halben auch geht gut ja aber das sind eben diese neuen holzgeländer ja wir wandern dann auch mal erst hier drüben hin wo wir ein bisschen mehr fläche haben denn es gibt ja auch ein gebäude ist es nicht aber man kann es bauen ja nämlich bei der lagerung gibt es das große stammlager baut sich hier schick durch mit 40 stockstücken und funktionieren gut das ganze auch sehr gut ist wirklich ein großes stammlager finde ich gut wir bleiben auch noch ein bisschen bei den gebäuden und zwar etwas seit es hier diese felsbrocken gibt das habe ich mir schon gewünscht ist nun endlich da ja darum habe ich hier vorbereitet nämlich man kann hier den felsbrocken boden oder wie auch immer man das benennen möchte zusammenbauen den stein boden von mir aus die steine sind ja die anderen gerüttrümmer hier und das sind ja eigentlich die felsbrocken oder felsstücke wie auch immer ihr seht das dauert alles ein bisschen ja ist ein langwieriger prozess erfordert auf jeden fall mehr zeit als wenn man das mit den holzplanken machen würde viel geduld und auch viele mauskicks aber wenn es mal fertig ist sieht es sehr gut eigentlich aus gut es gibt noch eine neuerung und das ist meiner meinung nach wirklich das beste stück hier bei den gebäude änderung ist eigentlich eine neuerung ich möchte jetzt hier ein dach hinbauen sagen wir einfach so und so und bisher ist ja hier drin immer offen geblieben bau das jetzt nur ein bisschen an auf jeden fall hatte man hier immer so ein stück und die entwickler haben das jetzt hier ein bisschen angepasst ja man hat ja gerade eben gesehen wenn man diesen schrägen hier runter um diesen schrägen hier runter baut gibt es die möglichkeit hier direkt hier in der ecke noch dran zu setzen und auch direkt dann erscheint die möglichkeit hier das zu versiegeln sage ich mal ja stufen ich drücke gerade ein paar mal die rechte maustaste stufen sind nicht möglich muss muss wirklich hier so ein versiegeltes schräg dach ding sein komm 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 und wenn es fertig ist sieht es dann so aus und jetzt sagt bitte nicht das sieht irgendwie nicht super schön aus ja ich finde das ist optisch ja bau optisch gesehen ist das wirklich etwas worauf wir alle schon dann gewartet haben nun können die hütten auch ordentlich aussehen bin gespannt ob da irgendwas mit steinen auch kommt wäre gut ja aber ist schon mal sehr guter anfang jo wir haben eigentlich noch zwei änderungen offen änderungen neuungen wie auch immer zweieinhalb wenn man die untertitel noch mit zählt die wir dann in aktion betrachten werden jo aber wir latschen erstmal dorthin wo die nächste neuerung stattfinden wird ne bis gleich jo wir sind jetzt hier beim höhleneingang zum äh bunker entertainment ja da gehen wir rein und gucken uns gleich die nächste neuerung an bis gleich so meine lieben hier im bunker entertainment drin sind wir hier eigentlich im letzten hintersten stück angekommen und die neuerung verbirgt sich tatsächlich hier hinten drin beim kino ja ich latsche auch ganz kurz hin und werde dann wieder zu beginn dieses films sage ich mal hinschneiden ja bis gleich meine lieben mal 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 und es mal m Diese Materialien hat eine gewünschte Anti-Aging-Properties. Anzehnte Texts beschreiben eine Kube von diesem Material. According zu diesen Texts, die Kube aktiviert es an bestimmte, vorhin nicht gewählten Intervallen. Recently, unsere Forscher haben die Aktivation-Cycle und erwähnt, die Aktivation wird die Jugend-Properties der Solophyte amplifieren. Reset Ihr Körper und Ihr Selbst. Time is running out. Book your place now. Paula Springs. Timeless Luxury. Timeless Youth. Solophyte. So heißt das Material. Jetzt haben wir einen Namen für. War auf jeden Fall so geplant und Anti-Aging auch, aber irgendwie ist es ganz anders ausgegangen als geplant. Ja, das lässt auf jeden Fall wieder ein bisschen Material hier, um ein bisschen Bedankenspielchen zu machen, was könnte alles passiert und gewesen sein und was weiß ich noch alles. So. Es steht aber jetzt noch eine Änderung aus. Diesmal ist es wirklich eine Änderung. Es wurde im Spiel was verändert. Allerdings möchte ich, dass Ihr diese Änderungen einfach gemütlich genießen könnt. Und diese betrachten, ohne dass hier währenddessen oder nachher noch reingeschnattert wird. Das heißt, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von Euch. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Hoffentlich seid Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wünsche Euch nun viel Spaß mit der abgeänderten Endsequenz im roten Würfel, wo neue Animationen, neue Effekte und grafische Elemente mit dabei sind. Viel Spaß. Und wie gesagt von meiner Seite. Danke fürs Zugucken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.